Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten mit Ihren Vorfahren sprechen, Ihren Familienstammbaum beliebig weit zurückverfolgen und mit all den Millionen Menschen in ihm reden. Was würden Sie die fragen? Zum Beispiel unsere Vorfahren vor 2000 Generationen. Ich würde die fragen, wie war das für euch, die damals grüne Sahara zu überqueren und als eine der ersten Menschen Europa und Asien zu betreten. Oder vor 500 Generationen unsere etwas entfernt verwandten Cousins aus Nord-Sibirien, dick eingepackt in Fell, wie sie als erste Menschen überhaupt Alaska und damit den amerikanischen Kontinent betreten haben. Einen menschenleeren Kontinent quasi über Nacht aus Versehen entdeckt. Oder vor 200 Generationen unsere Ur, Ur, Ur und so weiter Großeltern hier in Europa mit ursprünglich anatolischer Herkunft sich hier niederlassen und das erste Mal die fruchtbaren Böden Mitteleuropas zu bewirtschaften und sich dabei außerdem mit dem anderen Zweig unserer Familie, auch unsere Ur, Ur, Ur und so weiter Großeltern, die hier schon seit der letzten Eiszeit mit ihren Familien waren und Ackerbau für modernen Quatsch hielten. Die Geschichte des Aufbruchs der Menschheit, der Ausbreitung der Menschheit, Menschheitsgeschichte ist keine abstrakte Wissenschaft. Es ist die Geschichte unserer unendlich großen Familie. Als Populationsgenetiker bin ich so eine Art moderner Familienforscher oder Ahnenforscher. Ich erforsche Menschheitsgeschichte mithilfe der Genetik. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an, aber fangen wir mal mit Ihrer Familie an. Erinnern Sie sich noch an Ihr letztes Familientreffen? Wie viele Generationen bekommen Sie dazu zusammen? Drei, vier, vielleicht auch fünf? Bei mir sind es vier. Von meinem Großvater bis zu meinen Kindern sind es vier Generationen und ich glaube so vier, fünf Generationen ist auch so das, was die meisten von uns noch so halbwegs überblicken können. Es wird schon verdammt schwierig, wenn Sie mal versuchen, alle Ihre Urgroßeltern aufzuschreiben. Wenn man weiter zurück will, kann man sich alte Ahnentafeln oder alte Dokumente zu Hilfe nehmen. In meinem Fall führt das nochmal eine Handvoll weiterer Generationen zurück bis ins 18. Jahrhundert. Wenn man weiter zurück will, kann man sich heutzutage die DNA zunutze machen. Genau genommen unser Erbgut, was in entschlüsselter Form, das kann man heutzutage für wenige hundert Euro entschlüsseln lassen, in entschlüsselter Form drei Milliarden, über drei Milliarden Buchstaben enthält, bestehend aus A, C, T und G. Und wenn man die einmal entschlüsselt hat, kann man die zwischen Menschen vergleichen. Jeder hat zwei Kopien, eine von seiner Mutter, eine von seinem Vater und zwischen diesen Sequenzen gibt es kleine Unterschiede. In etwa 0,1 Prozent der Buchstaben unterscheiden wir uns und das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber mit drei Milliarden Basenpaaren, also Buchstaben im Genom, kommt doch einiges zusammen. Ein paar Millionen dieser Unterschiede gibt es und damit können wir Menschen sehr präzise in Beziehung setzen. Wie werden solche Unterschiede jetzt vererbt? Das passiert von Generation zu Generation und in jeder Generation wird dabei das Erbgut der Vorgängergeneration neu kombiniert. Das nennt man Rekombination. Und dadurch ergibt sich in unserem Erbgut ein kompliziertes Mosaik aus Fragmenten, die auf Vorfahren verschiedenen Alters zurückgehen. Heutzutage kann man solche Analysen auch kaufen. Man schickt etwas Speichel ein und ein paar Wochen später bekommt man das Resultat. Hier ist zum Beispiel das Ergebnis meiner eigenen Herkunftsanalyse. In diesem Fall werden Sie schockiert sein zu erfahren, dass meine Vorfahren offenbar aus dem deutschsprachigen Teil Europas kamen. Aber ich habe offenbar auch ein paar Verwandte in den USA. Auch das sollte uns nicht wahnsinnig überraschen, da wir durchaus auch Leute kennen, die sich zu ihren deutschen Wurzeln dort bekennen, ob uns das passt oder nicht. Aber wie sind wir denn jetzt in tieferen Zeitschichten miteinander verwandt? Stellen Sie sich mal Ihren Familienstammbaum vor, sieben Generationen zurück. Der sollte bei den meisten von Ihnen ungefähr so aussehen. Mit 128 Vorfahren auf dieser Ebene sieben. Und mit jeder Generation weiter zurück haben Sie jetzt doppelt so viele Vorfahren wie vorher. In acht Generationen sind es schon 256, in zehn Generationen schon über 1000 und in 20 Generationen über eine Million Vorfahren. In 40 Generationen, eine interessante Zahl, weil das ungefähr 1000 Jahren entspricht, also vor 1000 Jahren hat jeder von uns über eine Billion Vorfahren. Damit bin ich noch nicht fertig, denn das war ja nur einer von Ihnen. Jetzt nehmen wir vier von Ihnen zusammen, haben wir vier Billionen oder 100 von Ihnen, ungefähr so viele wie heute hier sind, haben wir 100 Billionen Vorfahren. Also irgendwas kann hier nicht stimmen, denn das ist natürlich viel, viel mehr, als jemals Menschen auf dem Planeten gelebt haben. Und die Antwort ist ganz einfach, unsere Familienstammbäume müssen massiv überlappen. Und zwar nicht nur zwischen Ihnen und mir, sondern auch innerhalb Ihrer Stammbäume müssen Vorfahren sich überlappen. Und wie könnte das genau aussehen? Schauen wir uns nochmal einen Familienstammbaum an, ohne Überlappung und hier einen mit. Wir nennen diesen Effekt liebevoll Ahnenschwund, aber eigentlich handelt es sich um Inzucht. Wir sagen lieber Ahnenschwund, weil das klingt etwas positiver. Ahnenschwund bedeutet, dass Sie Lücken in Ihrem Stammbaum haben und andere Menschen Positionen doppelt belegen. In extremer Form kann man das in einigen königlichen Familien beobachten. Das soll jetzt keine Beleidigung sein, in diesem Fall stimmt es tatsächlich. Ein Beispiel, was oft hergenommen wurde, Carlos II., der letzte männliche Erbe der spanischen Linie der Habsburger, hatte einen solchen Familienstammbaum, in dem in sieben Generationen nur 29 Personen sind. Zum Vergleich, Sie sollten da ungefähr 250 haben. Also hier ist der Ahnenschwund ganz extrem und das führt dazu, dass einige Menschen Positionen doppelt belegen. Zum Beispiel Philipp III. ist sowohl Großvater als auch Urgroßvater als auch Urgroßonkel. Okay, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ein ganz bisschen so ist das bei uns allen so. Wir sind alle so ein bisschen Habsburger und dieser Ahnenschwund führt eben dazu, dass wir langsam aber sicher unsere Stammbäume, wenn man zurück in der Zeit geht, miteinander kollabieren und überlappen werden. Und das geht zwar langsamer als bei den Habsburgern, aber schneller als ihre Intuition sagen würde. Vor fünf Jahren wurde ausgerechnet, dass der sogenannte Identical Ancestors Point oder auch Iso Point bei Europäern oder bei Menschen mit europäischer Herkunft im zehnten Jahrhundert liegt. Das heißt, dass jemand, der im zehnten Jahrhundert oder davor gelebt hat, entweder der Vorfahre von uns allen oder von niemandem ist. An diesem Zeitpunkt überlappen unsere Familienstammbäume nicht nur ein bisschen, sondern vollständig. Um das zu illustrieren, stellen wir uns mal jemanden vor, der im zehnten Jahrhundert oder davor gelebt hat, zum Beispiel Karl der Große. Ich komme aus Aachen. In Aachen ist man mächtig stolz auf Karl den Großen. Und es stellt sich jetzt raus, dass einige Menschen behaupten, von Karl dem Großen abzustammen. Ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, er hatte selbst 18 Kinder, ist also durchaus möglich, dass er einige Linien bis heute überlebt hat. Jetzt kommt das Magische. Wenn einer beweisen kann, dass er Nachkomme von Karl dem Großen ist, dann bedeutet das, dass wir alle Nachfahren von Karl dem Großen sind. Also auch Sie alle, herzlichen Glückwunsch. Und übrigens auch all Ihre Freunde, aber die wissen es noch nicht. Nutzen Sie jetzt das Fenster dieser exklusiven Informationen, um auf den nächsten Dinnerpartys mit dieser Information hausieren zu können, mit Ihrer illustren Herkunft. Ja, der erste römische Kaiser deutscher Nation war in Ihrem Stammbaum. Übrigens gilt das auch für die Germanen, andere Gruppen, die vor Karl dem Großen gelebt haben. Und übrigens ganz nebenbei gesagt, gilt das auch für syrische Flüchtlinge, die hierher kommen. Die stammen auch von den Germanen ab. Also unsere Familienstammbäume kollabieren zurück in der Zeit. Und jetzt ist die Frage, wo kommt jetzt ich als Genetiker ins Spiel? Das Spannende ist, dass wir über Ahnenschwund, über diese Tatsache, dass unsere Vorfahren übereinstimmen, heutzutage nicht nur reden können und abstrakt bleiben müssen, sondern wir können das heutzutage konkret messen mit ihren Genen. Denn es ist so, dass wenn sie gemeinsame Vorfahren haben, zurück in der Zeit, dann heißt das auch, dass ihre Genlinien zusammenfließen und ihre Genkopien letztendlich reflektieren, dass sie zurück in der Zeit eine bestimmte Häufigkeit von Vorfahren haben. Wir können Ahnenschwund also mithilfe der Genetik messen. Warum sollte uns das so interessieren? Es stellt sich raus, dass Ahnenschwund, also diese Tatsache, dass ihre Stammbäume überlappen, eigentlich so eine Art Schätzung für die Populationsgröße ist, für die vergangenen Bevölkerungsgrößen. Sie können sich das so vorstellen, in Zeiten, in denen die Bevölkerungsgröße sehr klein war, ist das wie auf so einer Spurverengung auf der Autobahn. Ihre Genlinien müssen dann durch so einen engen Flaschenhals gehen, in Zeiten, in denen es nicht so gut lief und die Bevölkerung sehr klein war, stammen sie also von weniger Vorfahren ab. Das heißt, ihr Ahnenschwund steigt auch an dieser Stelle. Das heißt, mit dem Messen von Ahnenschwund können wir Bevölkerungsgrößen messen. Und aus diesem Prinzip haben wir eine Methode entwickelt, über die ich Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse zeigen will. Und um das ein bisschen nahe zu bringen, muss man sehr weit ausholen. Das geht unglaublich weit zurück in der Zeit. Sie sehen am rechten Ende hier die Abspaltung zwischen dem Menschen und dem Schimpansen als ältesten Zeitpunkt, hier vor ungefähr zehn Millionen Jahren oder älter. Dann gibt es einen großen Zeitsprung vor ungefähr 300.000 Jahren, finden wir die ältesten erhaltenen Schädel, die eindeutig dem Homo Sapiens zugeordnet werden können, also unserer Spezies. Wenn man noch weiter vorgeht, dann kommt man vor 10.000 Jahren ungefähr an die Entwicklung des Ackerbaus und dann in den letzten paar tausend Jahren die Hochkulturen, die Sie hoffentlich noch aus dem Geschichtsunterricht so ein bisschen kennen. Wenn man jetzt diese Kurven, die wir berechnet haben, einmal hier darstellt, das sind jetzt erstmal diese Bevölkerungsgrößen für Menschen aus drei Kontinenten, Afrika, Asien und Europa, dann fällt erstmal auf, dass das unglaublich weit zurückgeht. Sie haben Signale in ihren Genen, die weiter zurückgehen, als unsere Spezies eigentlich als Homo Sapiens benannt wurde. Und es fällt auch auf, dass die drei Kurven sehr gleich sind, ungefähr vor 300.000 Jahren. Es liegt also nahe, dass wir ungefähr aus einer Ursprungspopulation aus dieser Zeit stammen müssen. Nach etwa 300.000 Jahren gibt es eine Abspaltung der Vorfahren von Menschen aus dem heutigen Asien und Europa, von Vorfahren von Menschen aus dem heutigen Afrika. Und gefolgt von dieser Abspaltung ist ein unglaublicher Bevölkerungsrückgang in unseren Vorfahren, also den von Europäern und Asiaten, bis auf wenige tausend Individuen. Wir können nur spekulieren, was damals passiert sein muss, aber dieser Zeitpunkt fällt zusammen mit dem Zeitpunkt, bei dem uns die Archäologen sagen, dass die ersten Menschen außerhalb Afrikas auftraten. Es liegt also nahe, dass dieser Bevölkerungsrückgang, dieser Flaschenhals, wie wir dazu sagen, mit diesem Aufbruch aus Afrika zusammenhängt. Wenn man jetzt die Kurve eines Menschen aus Südamerika hinzunimmt, dann sieht man einen zweiten Flaschenhals, etwas später, ungefähr bei 20.000 Jahren, der sogar noch tiefer geht. Und auch hier kann man wieder nur spekulieren, aber auch dieser Flaschenhals steht in Verbindung mit einem wichtigen Ereignis, nämlich dem Auftauchen des Menschen in Amerika. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal auf diese Kurven geguckt habe. Ich habe zwölf Monate oder länger an dieser Methode gearbeitet. Es ist auch vieles schiefgegangen, es hat vieles nicht geklappt und ich habe diese Kurven sehr oft gesehen und vieles davon war Unsinn. Und dann habe ich irgendwann diese Kurve in der Hand gehabt und habe zum ersten Mal gesehen, hier habe ich jetzt was, was wirklich passen könnte. Vor 20.000 Jahren, dieser Flaschenhals in Südamerikanern und die davor liegenden Flaschenhälse, die passen zu dem, was wir über Menschheitsgeschichte kennen. Und nicht nur das, sie zeigen uns auch die dramatische Geschichte dieser Ereignisse, ein Stück weit handfester. Für mich als Datenwissenschaftler ist das das Beste, was passieren kann, wenn man das Gefühl hat, man sieht in den Mustern der Daten plötzlich etwas, was einem die Wirklichkeit näher bringt. Wir haben zu diesen Kurven dann noch einige weitere Kurven hinzugefügt. Wir haben das Ganze für viele verschiedene Menschen angewendet und insgesamt ergibt sich ein relativ konsistentes Bild von einer gemeinsamen Gruppe Menschen vor 300.000 Jahren, dann eine Auffächerung in verschiedene Äste und die meisten von diesen Ästen sind heute in Afrika zu finden und nur ein Unterast führt zu allen Menschen außerhalb Afrikas, die sich dann später aufgefächert haben. Insgesamt passt dieses Bild also ganz gut zu dem, was uns auch die Archäologen und auch andere Disziplinen über die Herkunft des Menschen sagen. Wir stammen zum größten Teil aus Afrika und dann gab es diese Aufspaltung in diese verschiedenen Hauptströmungen. Was ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass wir heute auch wissen, dass diese Strömungen niemals isoliert voneinander waren. Und das wissen wir vor allem aus einem Tool, über das ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe und jetzt auch nur am Ende kurz noch sprechen möchte, nämlich sogenannte Alter-DNA. Das ist DNA, die wir mittlerweile aus Knochen extrahieren können, aus Menschen, die vor vielen tausend Jahren gestorben sind. Da muss man sehr aufpassen, das muss im Rheinraum machen und die Reste an DNA sind sehr dürftig, die wir rausholen. Aber man kann mittlerweile ganze menschliche Genome aus vielen, vielen tausend Jahren Alter entschlüsseln. Und aus diesen Studien wissen wir mittlerweile, dass einige Dinge noch komplizierter waren, als sie jetzt erstmal in dieser ersten Analyse aussahen. Zum Beispiel wissen wir, dass die Bevölkerungsgeschichte Amerikas komplizierter war und tatsächlich die Vorfahren, die diese ersten Schritte über die damalige Landbrücke nach Amerika gemacht haben, eigentlich eine Vermischtung von zwei verschiedenen Strömungen darstellten. Nämlich zum einen der Vorfahren heutiger Asiaten, Menschen aus Ostasien und zum anderen von einer Gruppe, die es heute nicht mehr so gibt, die wir kennen aus dem Erbgut eines vor 22.000 Jahre gestorbenen Jungen aus Sibirien, aus dessen Knochen Erbgut extrahiert wurde, was zu einer Population passt, die heute nicht mehr da ist, die aber ihre Hinterlassenschaft hinterlassen hat in Nordeuropäern und in Amerikanern. Und das zeigt so eine Querverbindung zwischen den Hauptströmungen, wo wir aus Nordeuropa oder Mitteleuropa plötzlich enger verwandt sind mit Menschen aus Amerika. Ebenso ist unsere eigene Herkunft aus Europa längst nicht so statisch homogen, wie sie diese erste Analyse zeigen möchte. Auch wir sind immer wieder Veränderungen unterworfen gewesen. Zum Beispiel stammt unser Erbgut hier in Europa nur zu einem kleinen Teil von den ersten Europäern, die hier seit der Eiszeit waren und zu einem Großteil von Menschen, die vor 7000 Jahren aus Anatolien hierhin kamen und den Ackerbau mitbrachten. Mit menschlicher Herkunft ist es vielleicht ein bisschen wie mit Meeresströmungen. Es gibt die großen Strömungen der Menschheitsgeschichte und die können wir aus unserer DNA heute noch rauslesen. Aber dazwischen gab es auch immer wieder Verwirbelungen, Querverbindungen, die Menschen miteinander in Kontakt gebracht haben und woraus etwas Neues entstanden ist. Wir können mithilfe der Genetik nicht mit unseren Ahnen direkt sprechen, aber wir können sie ein Stück weit für uns sprechen lassen, nämlich durch die Spuren, die sie in ihren Genen zu uns bis heute hinterlassen haben. Und für mich als Genetiker nehme ich mit, dass es so drei Konstanten gibt, die sich schon immer durch die Menschheit gezogen haben. Erstens Menschen wollten schon immer gerne reisen, zweitens Menschen waren immer neugierig auf das Unbekannte und glücklicherweise für uns Genetiker haben Menschen schon immer gerne DNA miteinander ausgetauscht. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.